Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und gestern war Update-Tag, also Mittwoch, und da sind die Finn-Pferde reingekommen. Genau, eine neue Pferderasse, die Finn-Pferde, Finn-Horse, ich glaube, Star Stable hat das nicht als Finn-Horse, also Englisch ausgeschrieben, sondern Finn-Pferd. Und ja, die gucken wir uns heute mal in dem Video an. Und bevor ich weiterrede, nein, in diesem Video werde ich mir kein Finn-Pferd kaufen. Ich weiß nicht, ob in der nächsten Zeit überhaupt ein Finn-Pferd bei mir einziehen wird, aber dazu kommen wir später. Es sind auf jeden Fall sieben Farben an der Zahl reingekommen. Sechs stehen in vier Groove und einer steht wieder mal für, ja, so circa vier Wochen hier in Fort Pinter und nach circa vier Wochen wird dieses Finn-Pferd dann auch nach vier Groove umziehen. Und dann werden dann insgesamt sieben Pferde in vier Groove stehen, also sieben Finn-Pferde. So, okay, ja, das hier ist auf jeden Fall das erste Finn-Pferd. Wir gucken uns erstmal alles vom Finn-Pferd an. Also wie gesagt, das hier in Fort Pinter könnt ihr euch ab Level 1 kaufen für vier Wochen. Und danach wird es bei den anderen stehen, die dann, glaube ich, ab Level 6 kaufbar sind. Aber das gucken wir uns nachher nochmal an. Ja, Stärke plus vier, Disziplin plus zwei, Agilität plus eins, Geschwindigkeit, Ausdauer, nischt. Es sind kältebeständig, haben, wie ich gelesen habe, eine Special-Animation. Ich glaube, das ist das Hinlegen. Also wenn ihr, glaube ich, still steht und dann die Leertaste drückt, könnt ihr euch mit dem Finn-Pferd hinlegen, so wie man das auch bei den Urpferden machen kann. Kosten dementsprechend 850 Star-Coins. Ich persönlich finde den Preis gerechtfertigt, weil es sind an sich wirklich sehr, sehr hübsche Tiere. Die Animation, jedenfalls das, was ich bisher gesehen habe, gefallen mir auch ganz gut. Dann haben sie, wie gesagt, noch eine Special-Animation, zwei verschiedene Main-Ziele, das kommt auch hinzu. Also eben die hier, die Original-Mähne, so wie man die eben kaufen kann. Und dann, glaube ich, noch eine Steh-Mähne, wie bei den Fjordpferden. Und ja, das heißt, die haben eigentlich drei spezielle Dinge, also hinlegen. Kältebeständigkeit und auch noch zwei verschiedene Frisuren, die andere Pferde nicht haben. Und das für 850 Star-Coins. Ich finde, das ist ein sehr guter Preis. Also da kann man echt nicht meckern. Da muss man jetzt mal ein kleines Lob aussprechen. Ja, ihr wisst, ich bin kein Fan von Vorlesen. Diesen langen Text hier könnt ihr euch dann natürlich gerne selber durchlesen, wenn ihr wollt. Ich halte hier mal so ein bisschen Abschnitt für Abschnitt ein bisschen an. Dann könnt ihr auch, wenn ihr euch den Text unbedingt selber durchlesen wollt, das gerne tun. Da haltet ihr das Video einfach an, lest euch die Texte durch und ja, genau. Dann könnt ihr euch das eben selber alles durchlesen. So, so viel zur Information von den Finnpferden. Genau, es stand jetzt nicht Finnhorst, sondern Finnpferd, ne? Genau, Finnpferd. Wir bleiben bei Deutsch. Ja, das hier ist, glaube ich, ein Lichtfuchs. Wenn mich nicht alles täuscht, ich muss nochmal ganz kurz auf mein schlaues iPhone gucken. Da hat Starsemen nämlich geschrieben. Es gibt die Farben Palomino, Apfelschimmel, Rappe. So viel ist klar. Und vier verschiedene Füchse. Das ist einmal ein Lichtfuchs, ein Dunkelfuchs, ein Rotfuchs und ein Hellfuchs. Ja, jetzt die Frage, was ist das hier? Ich glaube, das hier ist ein Lichtfuchs. Ich glaube, das nennt man auch Flaxen. Das ist so diese typische, ja, ich sag mal, Haflingerfarbe. Und ich glaube, dass an dieser Stelle, dass das hier eben ein Lichtfuchs ist. Wie gesagt, wenn ich Blödsinn rede, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Aber ich glaube, es ist ein Lichtfuchs. Und das ist wirklich ein schönes Tier. Ich bin ganz ehrlich, das ist tatsächlich die Farbe, die mir am wenigsten von den Finnpferden gefällt. Aber nichtsdestotrotz ist die schön gemacht. Also das Braun, das ist ein sehr schöner Ton. Hier sieht man auch noch leichte Äpfelung am Bäuchlein. Der Bauch an sich ist auch ein bisschen heller, hat schöne vier weiße Abzeichen an den Beinen. Auch so einen ganz, ganz kleinen Fesselbehang hier. So ein paar längere Härchen. Ein schöner, heller Schweif. Hier ist sogar ein kleiner Farbverlauf mit drin. Die Mähne finde ich auch sehr schön. Die ist hier, wie man sieht, ein bisschen abgeschnitten. Aber ich finde, auf dem Foto sah das ein bisschen schlimmer aus. Jetzt hier so im Spiel stört mich das tatsächlich gar nicht mehr. Hat wunderschöne Hasenussbraune Augen. Eine wunderschöne Blässe. Es wird hier am Stütchen wieder ein bisschen rosa. Auch wieder so ein bisschen Flausch in den Ohren drin. Und an sich sieht man hier auch wieder schöne Strukturen, was so die Muskeln angeht. Und die Äderchen. So ein bisschen Fellstrukturs auch dabei. Also wieder mal sehr detailreich gemacht. Also ein sehr, sehr schönes Pferd. Gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt fahren wir aber mal schnell nach Feargroove zu den anderen sechs Finnpferden. So, wir befinden uns in Feargroove. Und da stehen, wie gerade eben gesagt, die anderen sechs Farben. Hier haben wir einen Palomino, der sehr, sehr schön aussieht. Und der sieht wirklich aus, Niki hat es mir, glaube ich, gestern im Discord schon gesagt, wie der eine Haarflinger. Der eine Haarflinger im alten Modell, der ist ja auch so, der hat ja auch so einen ganz, ganz hellen Farbton. Der erinnert mich wirklich ein bisschen an den einen Haarflinger. Aber auch sehr schön, hat vier helle Beinchen, einen hellen Bauch, natürlich eine schöne cremefarbige Mähne und cremefarbenen Schweifen. Auch hier sieht man die Härchen hier unten wieder mal sehr, sehr gut. Was hast du für eine Augenfarbe? Ich glaube, das war auch so ein Hasenussbraun. Guckt mich mal bitte an, kleines Mäuschen. Oh, ja, jetzt ist natürlich der Fotomodus direkt davor. So, ich glaube, im Video, ihr könnt es nicht so genau sehen. Aber ja, das ist so ein dunkelbrauner Ton. Ganz süß. Ich weiß nicht, ob der Palomino, ja, hier unter dem Shop hat er, glaube ich, noch so ein kleines Abzeichen. Hier sieht man noch so ein kleines, zwischen den Nüstern, so ein kleines rosa Abzeichen. Das ist auch voll süß hier. So ein, so ein, wie nennt man das? Wie nennt man das? Ich komme nicht drauf. Egal. Und hier sieht man auch wieder die Wimpern so schön. Das gefällt mir auch so gut. Also der Palomino ist auch sehr, 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 sehr schick. Dann haben wir hier einen wunderschönen, wirklich einen wunderschönen Rappen. Der gefällt mir richtig gut. Also das ist mal so eine richtig tolle Farbe. Man sieht auch hier die Mähne und der Schweif. Das ist ein bisschen klein, ist ein bisschen dunkler als der Körper selbst. Aber das stört mich nicht. Hat auch einen richtig schönen Schwarzton. Also ich finde, das Schwarz ist nicht zu dunkel, ist auch nicht zu hell und glänzt auch nicht so richtig krass wie so eine Speckschwarte. Also das ist, das gefällt mir richtig gut. Auch hier die zwei kleinen Abzeichen hier vorne an den Vorderbeinen. Ein bisschen weiß hat es noch hier hinten am linken Hinterbein über den Huf. Dann hat es noch eine wunderschöne Blässe. Die Blässe ist ja mal gigantisch. Wow. Richtig groß und breit und ja, ganz toll. Ja, viel Details gibt es natürlich bei einem Rappen nicht. Außer wie gesagt die Abzeichen. Aber die Abzeichen sind auch sehr schön. Dunkelbraune Augen hat der, ja, auch der Rappe ist wunderschön. Also bei den Fellfarben haben die sich hier wieder mal richtig Mühe gegeben. Und hier, oh mein Gott, ja. Ich sage es ja immer wieder, was das der Bürger richtig gut kann, sind Apfelschimmel. Und diese Apfelschimmel ist auch richtig, richtig schön. Guckt euch diese Äpfelung in dem Fell an. Wow. Richtig schick. Hat einen schönen Farbverlauf im Schweif. Oben ist er dunkel am Ansatz, verläuft dann so ins Hellgraue, fast sogar ins Weißliche. Bei der Mähne ist das dann natürlich genauso. Auch hier vorne am Schopf, der hat einen richtig schönen Farbverlauf drin. Wow. Sieht echt schön aus. Obwohl sich das ein bisschen beißt, ne. Hier bei der langen Mähne ist der, ist der Ansatz dunkel. Und beim Schopf ist direkt umgedreht. Da ist der Ansatz hell und die Spitzen sind dunkel. Egal. Auf jeden Fall. Ein wunderschöner Apfelschimmel. Hat sogar auch eine Blässe im Gesicht. Ne. Sieht man nicht ganz so doll. Jedenfalls hier oben. Weil der Apfelschimmel so ein helles Gesicht hat. Aber man sieht das trotzdem. Sehr schön. Hupsala. Oh, Pferd. Die Beine haben auch einen richtig schönen Farbverlauf. Verläuft er ins Dunkle. Und von Dunklen dann wieder hier ins Helle. Boah. Das sieht voll hübsch aus, ne. Gefällt mir richtig gut. So. Augenfarbe. Grau. Grau mit einem, ja, so ganz leicht. Och, der hat ja zweifarbige Augen. Einen Apfelschimmel mit zweifarbigen Augen. Okay, das habe ich tatsächlich in real life noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das bei einem Apfelschimmel möglich ist. Kann aber bestimmt sein. Ja, hier ist so ganz leicht bläulich, ne. So blau-grau. Und hier hat es ein braunes Auge. Oh, voll schön. Von der Seite sieht das total niedlich aus. Oder muss ich jetzt mal ein Foto machen? Könnte sogar direkt hier ein Foto fürs Thumbnail sein irgendwie. Sieht voll schön aus. Oh, ist ein richtig schönes Tier. Ach, gefällt der mir gut. Wartet mal. Ich blende mich mal ganz kurz aus. Ich muss jetzt mal davon ein Foto machen. Und ich finde das Tier gerade so schön. Ja, toll. Tolles Pferd. Ah, und hier. Meine Güte. Dieses Pferd sieht aus wie ein Sahne-Karamell-Bonbon. Oh mein Gott, ist das schön. Also ich glaube, wenn ich mir ein Fjordpferd kaufen wollen würde, dann würde es auf jeden Fall diese Farbe werden. Es sieht so lecker aus. Ja, wunderschöne Farbe. Weil ich glaube, dieser Fuchs ist ein Hellfuchs. Weil ich glaube, der da hinten ist dieser Rotfuchs. Dann kommt noch dieser Dunkelfuchs. Dann muss das hier theoretisch dieser Hellfuchs sein. Aber ich persönlich habe noch nie von einem Hellfuchs gehört. Keine Ahnung. Aber gut, Starsevel schreibt den halt als Hellfuchs aus. Deswegen sage ich jetzt auch einfach mal Hellfuchs dazu. Egal, ob das stimmt oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt. Die Mähne. Der Schweif. Der Farbverlauf. Wie ein Sahne-Karamell-Bonbon. Von dunkelbraune ins hellbraune. Ins sandfarbene. Ins cremefarbene. So ein bisschen. Hat hier vorne. Am linken Vorderhof. So ein kleines Abzeichen über den Huf. Bei den anderen Beinen ist das nicht. Sieht aber auch sehr schön aus. Und auch hier. Das Abzeichen im Gesicht. Die haben alle solche. So schöne Abzeichen im Gesicht. Hier auf der Nase. Das sieht so schön aus. Ja, das ist natürlich auch möglich. Dass die Blässe unterbrochen ist. Solche Abzeichen gibt es natürlich auch. Hier in Starseeper haben das aber tatsächlich nicht viele Pferde. Hat das überhaupt ein Pferd? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gefällt mir das sehr gut. Das ist sehr speziell. Ist mal was Neues. Was anderes. Auch richtig schöne braune Äuglein. Ja, ist ein hübsches Pferd. Auch da kann man nicht meckern. So, das müsste der Rotfuchs sein. Genau. Ein schöner Fuchs. Sieht auch so ein bisschen rauchig aus. Durch diese vielen gräulichen Stellen. Hier am Maul. Dann hier am Widerriss ist er noch so ein bisschen gräulich. Hier an den Gelenken. Hier unten an den Beinen ist er auch noch mal so ein bisschen dunkler. Es sieht aber sehr realistisch aus. Also das ist jetzt kein richtig krasses Rot. So wie bei dem Drakena da hinten. Oder wie bei dem einen Andalusier. Der Fuchs Andalusier. Der ist ja auch richtig kräftig rötlich. So ein richtig kräftiger Fuchs. Und ja, das ist halt mal eine Farbe, die nicht ganz so kräftig ist. Finde ich aber nicht schlimm. Sieht trotzdem gut gemacht aus. Hier vorne an den Vorderbeinen hat es auch zwei wunderschöne Abzeichen. Auch hier hinten am linken Hinterbein. Ja, nur am rechten Hinterbein hat es kein Abzeichen. Der Schweif ist rötlich. Verläuft so ein bisschen ins Dunkle. Genauso wie die Mähne. Ich finde die Farbverlauf in der Mähne und im Schweif von den ganzen fünf Jahren auch total schön. Ja, gräulich um die Augen drumherum. Auch hier eine wunderschöne Blässe auf der Schnauze, wollte ich sagen. Auf der Nase hier, ne? Auf den... Oh, das sieht so schön aus. Ja, vor allem richtig breit, ne? Nimmt ja fast hier die ganzen Nüstern ein hier vorne. Oh, wie es schmatzt. Und hat sogar ein paar kleine schwarze Pünktchen da unten. Niedlich. Ja, braune Äuglein. Zwei braune Äuglein. Wunderschön. Ganz toll. Gefällt mir. Und das hier... Oh Gott. Jetzt habe ich schon so viel geredet, dass ich mich hier verschluckt habe. Ja. Das hier ist der letzte im Bunde. Das müsste dann sozusagen der Dunkelfuchs sein. Genau. Dann haben wir alle weg. Wir hatten den Lichtfuchs, der in Fort Pinter steht. Das hier ist der Dunkelfuchs. Den Rotfuchs haben wir uns gerade angeguckt. Und das da hinten müsste dann theoretisch der Hellfuchs sein. Palomino, Apfelschippel und Rappe ist, glaube ich, klar. Und auch dieser rauchgraue, beziehungsweise Dunkelfuchs. Boah, der sieht aus wie eine Taffel Schokolade. Und ja, ich vergleiche alles mit Essen. Aber es sieht halt wirklich so aus. Es sieht richtig schön aus, ne? Schöne schokobraune Mähne und einen wunderschönen schokobraunen Schweif. Auch hier, der ist da so ein bisschen gräulich. So ein dunkelgrau, fast sogar schwarz ist vorhanden, ne? So ein dunkelgraues Schnäuzchen. Um die Augen drumherum ist er auch ein bisschen dunkler. Hier an den Beinen hat er auch nochmal so dunkle Akzente. Und erst dann wird es wieder ein bisschen heller. Hat keinerlei Abzeichen an den Beinen. Nur im Gesicht hat er hier auf der Stirn so ein kleines, ja, wie sagt man, so eine Flocke oder so einen Stern. Und hier noch so eine Schnippe. Ach genau, Schnippe. Nach dem Wort habe ich vorhin gesucht. Ja, eine Schnippe hier zwischen den Mustern. Ja, auch die Farbe ist sehr, sehr schön gemacht. Die Farben sind natürlich alles eine Geschmackssache, das ist klar. Aber von der Verarbeitung her, von den Farben her, sind die Finnpferde echt toll. Ich habe mir tatsächlich heute auch schon, bevor ich das Video aufgenommen habe, ein paar Pferdekaufvideos angeguckt. Und konnte natürlich auch so ein bisschen in die Animationen reinschnuppern. Und ja, die Animationen sehen natürlich den anderen Pferden auch wieder ähnlich. Die meisten sagen, es sind die Animationen von Friesen. Finde ich auch. Also sie haben auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Vielleicht sind es sogar die gleichen Animationen. Aber ich finde, sie wurden ein bisschen abgeändert. Also sind nicht haargenau dieselben. Sie wurden auf jeden Fall an das Finnpferd so ein bisschen angepasst. Ich finde auch, die Vollbremsung sieht ein bisschen aus wie beim Tinker. Wie beim Irish Cup so ein bisschen. Und auch das Steigen ist so eine Mischung aus, ja, so eine Mischung vom nordschwedischen Kaltblut und vom Gotlandpony. Aber ist ja auch wurscht, ob die Animationen die gleichen sind wie bei anderen Pferden oder nicht. Die Hauptsache ist immer, dass das zur jeweiligen Rasse passt. Und das, was ich bisher in so manchen Pferdekaufvideos gesehen habe, fand ich, dass die Animationen auf jeden Fall gut aussahen. Also sie passen zum Pferd, sie sahen jetzt nicht verhunzt aus. Es sind tatsächlich nicht die besten Animationen. Auch hier gab es wieder ein paar Animationsfehler, sag ich mal. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich denn mein Pferd geparkt hier. Aber im Großen und Ganzen, die Animationen sind wirklich ganz gut gelungen. Wie gesagt, der Preis für dieses Pferd ist auch vollkommen okay. Es ist kältebeständig. Es kann sich hinlegen. Es hat so eine extra Mähne, eine Stehmähne, was andere Pferde nicht haben. Natürlich noch die eigene Mähne, die ja auch speziell ist. Und für den Preis ist das, finde ich, alles gerechtfertigt. Animationen sind okay. Farben sind einfach nur ein Traum. Also im Großen und Ganzen ist das wirklich ein richtig tolles Pferd. Also die Finnenpferde hat Star Stable wirklich ganz gut hinbekommen. Ja, es sieht aus, als hätten sie ein bisschen zu großem Kopf. Aber so wie dieses Pferd hier gerade da steht, finde ich... Ah hier, oh guckt mal. Hier sieht man gerade die Stehmähne so schön, die es bei den Finnenpferden gibt. Danke übrigens gerade fürs Präsentieren. Ja, so sieht die Stehmähne übrigens bei den Finnenpferden aus. Sieht wirklich aus wie bei den Fjordpferden. Am Shop ändert sich übrigens gar nichts. Und der Schweif ändert sich, glaube ich, auch nicht. Nee, das sieht ganz normal aus. Es ändert sich wirklich nur die Mähne. Also, oh Gott, was ist denn das für eine Ansicht? Sorry. Ja, die Mähne wurde halt abgeschnitten und zu einer Stehmähne gemacht. Und ich finde, das sieht richtig süß aus, oder? Ja, das ist wie gesagt die Special Mähne, die man auch bei den Pferdefrisuren draufpacken kann. Und da seht ihr hier auch schon so ein bisschen, wie sich die Pferde bewegen. Und ja, oh schön. Oh, die haben sich beide diesen gekauft. Schön. Also, mein Fazit. Ich habe mir zwar noch keins gekauft, aber im Großen und Ganzen sind die Finnenpferde wirklich ganz tolle Tiere. Ich finde, Star Stable ist die Rasse geglückt. Und ja, man kann sich auf jeden Fall mal so ein Pferd kaufen. Und ich werde mir auf jeden Fall auch so ein Finnenpferd holen, aber erst mal nicht jetzt. Vielleicht in ferner Zukunft, weil es gibt tatsächlich bereits bestehende Pferderassen in Star Stable, die mal tatsächlich noch einen Ticken mehr zusagen als die Finnenpferde. Und ja, ich meine, man muss die Pferde ja auch mögen. Genauso wie Goatland-Ponys. Die Goatland-Ponys sind auch, da ist übrigens eins, immer wenn ich von den Pferden spreche, läuft ja eins rum. Das finde ich gerade, ja, oh, hier sieht man übrigens, ah, ich sehe mal übrigens die Knötchen, ne, die Zöpfchen. Auch nicht schlecht. Sogar der hat, wow, der Schweif ist nicht mal mega krass glatt rund gelutscht. Also ja, schon, aber der ist nicht so ganz dünne. Er hat noch schon so ein ganz kleines bisschen Volumen. Das gefällt mir aber. Oh, sind schöne Knötchen. Ja, kann man machen. Ja, also die Goatland-Ponys sind ja auch wunderschöne Ponys, aber man muss halt auch Ponys mögen. Ich bin nicht so der größte Fan von Ponys in Stars. Ich stehe halt mehr auf die etwas größeren Pferde. Und ja, deswegen habe ich mir auch nur ein Goatland-Pony gekauft. Eigentlich zwei. Mein Sohn hat mir ja noch eins gekauft. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Pferde, auf die ich mehr Wert lege als auf die Finn-Pferde. Das klingt jetzt vielleicht übelst böse, aber das ist halt so. Ich wollte mir zum Beispiel noch einen Trakena kaufen. Ich wollte mir zum Beispiel hier noch ein Ohrpferd kaufen, auf dem hier die Sora sitzt. Also nicht das, weil das habe ich schon. Aber ja, es gibt halt Pferde, die ich schon lange haben wollte. Und die werde ich mir dann, wenn ich mein Kleidstel ausgelevelt habe, dann auch auf jeden Fall holen. Ich meine, die Finn-Pferde rennen mir ja nicht weg. Und von daher, ja, es wird, denke ich mal, in ferner Zukunft eins einziehen, weil es sind schöne Pferde. Aber erst mal nicht. Das heißt, wenn demnächst ein Pferdekauf-Video kommt, wird es auf jeden Fall kein Finn-Pferd sein. Und ja, soviel zu den Finn-Pferden. Ich hoffe, es hat euch interessiert, dass ich meinen Senf dazu gegeben habe und meine Meinung. Und, ups, da hüpft sie durchs Bild. Oh nein, oh nein. Ich drehe mal kurz die Kamera. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten. Und ja, ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.